Die Welt dreht sich, die Vögel fliegen, die Kinder spielen und freuen sich. Doch nicht überall und das ist das Problem, dies verstößt auch gegen ein Menschenrecht. Hast du schon erraten, weißt du, was ich meine? Ganz recht, ich spreche von Kinderarbeit. Meist in den Fünftländern gibt's dieses Problem, lass alle Kinder Kinder sein. Ich könnte verdrängen, doch ich kann nicht mehr, deshalb muss schnell eine Händerung werden. Achte zukünftig darauf, was du kaufst und gib mehr für faire Lebensmittel aus. Sie sind Arme zur Werbung, denn sie sind noch klein und das nutzen die Mächtigen aus. In Indien müssen sie Steine sterben, in Indonesien textieren, webern, auf den Philippinen tabakieren und in Afrika in Minen arbeiten. Ich würd's gern verdrängen, doch ich kann nicht mehr, deshalb muss schnell eine Änderung her. Achte zukünftig darauf, was du kaufst und gib mehr für faire Lebensmittel aus. Sie sind arm und so wehrlos, denn sie sind noch klein und das nutzen die Mächtigen aus. Von Bildung können sie nur träumen, denn sie müssen arbeiten wie Sklaven. Dadurch tun sie ihre Kindheit versäumen, auch in Zukunft werden sie nichts haben. Ich würd's gern verdrängen, doch ich kann nicht mehr, deshalb muss schnell eine Änderung her. Achte zukünftig darauf, was du kaufst und gib mehr für faire Lebensmittel aus. Sie sind arm und so wehrlos, denn sie sind noch klein und das nutzen die Mächtigen aus. It's sadly the never-ending story.